Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play The Outer Scrolls 4 Oblivion. Ich bin Reed Derfer und wir befinden uns hier in der Wind. Das letzte Mal gab es hier Chaos in der Magier-Gilde, als wir dort mit dieser, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, angerückt sind. Habt ihr mal ne Münze? Nein, haben wir nicht. Nicht für deinesgleichen. Ähm, und jetzt wollen wir... ...nach... ...hier, Herberge zum Betrunkene Drachen. Genau da hinten und irgendwo anders. Ah, und wenn wir dort sind, dann werden wir den Letzten, oder? Gibt's noch andere, die wir hier töten können? Ich glaube nicht. Ich glaube, es waren die Letzten von denen. Mal gucken, was sagt unser Beschwörungs-Skill? Wie wären wir da schon? Oh, fast 20. Das ist gar nicht mal so über, würde ich sagen. Mal gucken, wann können wir den ersten richtigen, ähm, Beschwörungs-Zauber machen. Ab 25. Jo, auf 25 können wir einen Geist beschwören. Oder eine Streitakt, Beinschienen. Ne, die brauche ich nicht mehr. Wird zuerst mal ein Geist sein. Wir können einen Geist beschwören, ja, das ist doch auch immer mal etwas. Oder ein Scamp oder ein Skelett. Oder auch Untote abstoßen. Untote vertreiben. Und Zombie beschwören. Oh, ho, ho, ho. So viele schöne Sachen, die wir da machen können. Von denen ich sicherlich nicht Gebrauch machen werde. Aber, ist es schön, dass ich es theoretisch könnte. Go, Schattenstuter. Und jetzt auf, auf zur Herberge. Äh, von Drachen betrunken. Jo. Ist nur doof, dass ich nicht beschwören kann, wenn ich hier auf dem Pferd sitze. Ja, kann ich nicht. Gut, ich muss jetzt nochmal testen, um ganz sicher zu gehen. Aber ich kann es nicht. Ähm, schaut auf die Karte. Ach, wir gehen den falschen Weg auch noch. Das ist ja awesome. Hey, ein Oblivion Tor. Wuhu. Davon hatten wir ja schon so lang keins mehr. So, das bisschen wirst du auch schaffen, nämliches Pferd. N endeavor. Hab dich nicht so. Na, los. Pferd, du schaffst es. So. Letztendlich auf der Seite können wir hier... Oh mein Gott, da ist ein Fliegding. Und es fliegt. Wo müssen wir hin? Da hin. Genau da hin. So. Auf, auf, immer weiter. Also ich will nicht sagen, oh, mein Handy ist lahm. Lahm. Doch nicht so lahm. Oh, doch schon ziemlich lahm. Ich meine, ich habe es heute früh geladen gehabt. Heute früh. Jetzt wo ich aufnehme, naja, sagen wir nicht mal Nachmittag, ist der Akku halb leer. Und dabei habe ich noch nichts damit gemacht. Nichts. Nur ich habe hier meine Uhr laufen nebenbei. Und ich glaube kaum, dass meine Uhr so viel Saft zieht. Oh. Das hier gleich, dass sich das Ding total entleeren muss. Na, aber okay. Was ist? Was geht denn da ab? Na, jetzt werden wir auch einen Schluck auf. Oder sowas ähnliches. Okay, wir haben OP-Nin gefunden. Werden wir sicherlich irgendwann mal zurück müssen. Wir sind wieder Lone Ranger. Oder Lucky Luke. Oder einer von diesen anderen Cowboys. Deren Namen ich nicht kenne. Weil Cowboys waren noch nie so meins. Noch nie. Wer ist hier? Wer ist hier? Okay, ist mir egal, wer sie ist. Was ist denn diese dämliche Herberge? Muss doch hier irgendwo sein, oder? Na los, Herberge. Herberge. Ja. Da, da endlich kommt es in Sicht. So. Ah, wann bin ich endlich da? Los. Hier. Ja. Ja. Und alle vier Beine gebrochen. So. Wir gucken. Vielleicht funktioniert das hier ja wieder genauso, dass wir irgendwas sagen können. Deswegen er uns dann angreift und Regionssoldat. Ist cool. Sucht ihr eine K... Eure Mutter hat... Meine Mutter? Nein. Ich bringe euch um. Ah, es hilft mir. Ta-da-da. So. Tada. Fertig. Okay. Wen müsste ich jetzt noch umbringen? Jedes Mitglied der Drakonis-Familie wurde getötet. Ich muss mal überdömen und den nächsten Auftrag machen. Wer sich im Steinbrunnen des Schlosshofs von Schloss Skingard befindet. Okay. Sking... Wo muss ich hier rein? Oh Brunnen, oh Brunnen. Erzähl mir. Oh. Wie viel Geld du doch hast. Ich habe... Wurde mein nächster Auftrag halten. Ich habe den Befehl, den Kajid Jagasta zu töten, den ich in seinem Haus in Bruma finden kann. Ich bin Meister, der ungeworfen Kampf ist und wird sich als starker Gegner erweisen. Ah, okay. Bruma. Dann soll es wohl so sein. Scheint irgendwie nichts falsch, ob das so natürlich anspruchsvoll ist. Tralali, tralala. Und wenn er da doppelt der Boxing-Champion in irgendwas wäre. Ich würde ihn trotzdem voll fertig machen. Olaf's... Nee. Ist das sein Haus? Nee. Ist das... Ja, Jagastas Haus. Kein Dietrich mehr. Gut. Dann muss ich meinen Nachschub kaufen gehen. Bei meinem örtlichen Dietrich-Händler. Ui. Ui. Ich kann mir auch gleichzeitig das ganze gestohlene Zeug abkaufen wird. Wenn ich ihn lieb, darum bitte. Aber erstmal geschwören. Und da warten wir jetzt hier vier Stunden. Warten wir noch mal vier Stunden. Irgendwann muss er ja wieder kommen. Und immer schön. Beschwören. Ah, hier. Na, nicht schlafen. Nein. Wach auf. Ich bin... Ich will Zeug kaufen. Ich bin ganz ohr. Ach, komm. Ja, die bist gut. Nein, ich will Dietrich. Gib mir Dietrich. Ich kann nicht so wenig dafür nehmen. Nicht mal für euch. Warum nicht? Ich dachte, du liebst mich. Bin ich froh, oder... Da muss ich mir aber mein anderes Gewand anziehen. Ich wollte eigentlich nicht damit auftrumpfen. Aber du willst, ist nicht anders. Schatten mögen euch verbergen. Ja, Schatten verbergen mich auch. Jetzt wach auf. Nicht schlafen. Nee. Ich bin... Ihr habt die bis gut? Nein, immer noch. Ich will Dietrich kaufen. Ich kann nicht so wenig dafür nehmen. Nicht... Bin ich froh. Dann muss ich dich halt überzeugen. Magst du, magst du nicht. Magst du. Magst du nicht. Ihr seid ab. Eine Tolle. Jetzt ist es ab. Oh, bitte. Was du magst und das war auch das, was du magst, ist was du es nicht magst. Oh, bleib weg. Ich wün... Das ist ein schönes... Ihr seid gut. Ihr habt die bis gut. So, jetzt aber. Wunderschön. Bin ich froh, dass... Und nun auf, auf zum fröhlichen Schlossknappen. Und was ich nun sagen wollte, ist ein Dämmisches. Ungewaffnete Kampfkünste werden nämlich nützen. Wenn ich ihn erschlagen werde, während er schläft. Denn das ist es, was ich tue. Hallo, Wache. Ich warte am besten mal bis... Da. 15 plus 9 sind 24. Ja, es dürfte hinhauen. Ich bin so fähig. Grrrr. So. Perfekt. Ich freue mich schon darauf, wenn wir endlich diesen Schlüssel finden. Oh, hallo. Oh. Hm. Keiner da? Haaah. Hm. Na, wo ist er denn? Oho. Ein geheimer Trainingsraum. Ähm. Ich durchleuchte das nur da in den Truhen hier. Vielleicht hat er ja irgendwas von unschätzbarem Wert da drin verborgen. Möp. Geht so. So, und jetzt gehen wir einfach mal da runter und... ...bedenzen uns. Oh, er schläft. Das sollte ich, glaube ich, ausnutzen. Um ihm... ...eins mit einer meiner mächtigen Waffen der Tödlichkeit... ...eins überzuziehen. Ja, auf mich zu sehen. So, und jetzt gehen wir hier... ...vier Schaden, fünf Schaden. Tja, ganz schön uncool, wenn man hier versucht... ...einen... ...beschwerteten... ...Mittel seiner Fäuste auszuschalten. ...mittel seiner Fäuste auszuschalten. Du wirst ein schlechtes, schlechtes Zeit haben. Ich muss sagen, er macht trotzdem ganz schön viel Schaden. So, das ist da, Schlüssel... ...jo. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich auch gleich... ...über der Finsternis... ...ah, nehmen. Können wir in des Einbruchs nicht schlafen? Was ist das für ein Dämchen? Ich habe den doch getötet. Ich glaube, es ist ihm relativ egal. ...nehmen. Was ich jetzt noch mache. So. Jetzt verschwinde ich wieder von hier. Schauen wir nochmal in die Truhe. Wenn der Schlüssel knackt, verändern nur drei Bolzen, wenn er euch die Däde kriegt. Oh, das ist ja Aßen. So. So, noch irgendwo Truhen oder irgendwas wertvolles rumstehen. Freibtisch. Nö. So, dann kann ich auch gleich den Scheiß verticken bei... ...Ongar. Go, Ongar, go, Ongar, go. Ist der Typ hier nicht zu Hause? Ernsthaft? Wo ist er hier nicht? Neun, zehn. Ja, jetzt müsste er da sein. Los. Ich bin sie. Ich möchte Zeug verkaufen. Dein Lieblingskunde. Was schafft er denn? Ja, dein Lieblingskunde. Ich hätte gerne dieses... ...eins dieser Silber- und Langschwerter verkauft. Ich hätte es vorher reparieren sollen. Ich weiß. Dann hätte ich noch gerne dieses Stahlschild verkauft. Ich denke, für den Preis kann ich das Stück loswerden. Habt ihr noch mehr? Ähm, was hab ich denn noch gekauft? Bücher. Hier. Ich denke, für den Preis... Ich denke, für den Preis kann ich das Stück loswerden. Ich hab meine Hähler sogar verdingselt. So, jetzt... Gehen wir mal dahin, wo ich Geld abholen muss. Und das wäre... ...Karte. Alte Brücke. Na, und auf zur Festung Tugend. Ich könnte natürlich auch einfach da zum Hafen gehen und dann da so rüberschwimmen. Aber hey, nein. Das wäre viel zu einfach. Hast du, dann müsste ich da schwimmen. Äh. Ach, jetzt kann ich auch bei Armand vorbeischauen. Das ist ja... Delicious, möchte ich meinen. Jetzt kann ich ja nicht mit den Diebesgilden-Quests anfangen. Boah, das wird so ein Genuss. Aber ich möchte erst, wie schon gesagt, die dunkle Bruderschaft abschließen. Und ich werde mit meinem Pferd nicht ins Wasser reiten. Nicht ins Wasser. Kannst du noch so viel Scheiß sagen. Ah, das sagt unter der alten Brücke. Also hier irgendwo... Oh, das ist hier die neue Brücke. Ja, ich glaube, das ist die neue Brücke. Verdammt. Schade. Naja, okay. Aber ich könnte mich jetzt theoretisch auch mal mit dem Langschwert ausrüsten. Fällt mir sein, wenn ich jetzt schon ein silbernes Langschwert habe... Die Langschlädte sind um einiges cooler als so ein Kurzschwert. Und ich kann noch weiterhören. Nehme auch das gleich noch hier. So, ich höre zwar Stimmen, aber es ist mir glaube ich relativ egal, wer das ist. Ui. Ach da. Kiste. Ah, gut, dass die niemand anderes eingesackt hat. Und meinen nächsten Auftrag erhalten. Ich wurde beordert, eine Eugonscheher an Charlize zu töten. Ehe Fludermine verschanzt. Sie ist eine gesuchte Psychopathin. Ich sollte also Vorsicht weiten lassen. Okay, aber das werden wir dann beim nächsten Mal angehen, denn es sind schon wieder fast 20 Minuten rum. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Allerderver. Ciao. Ciao.